Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Daybleed Pixels In der Hölle Immer noch? Ja, wir sind immer noch in der Hölle Oh Und ich habe schon vergessen, dass die Viecher da einmüssen So Lupfen Dass man nicht in den Tod stürzt In die Schönen, kuscheligen Stacheln, die unten auf dem Boden liegen Und ich euch hoffentlich da mal nicht zeigen Weil es aber Ehm Ein Wunsch Traum bleibt, wenn ich das sehe Aber Ich weiss ja seit letztem Mal Wie ich das da muss machen Ich muss da hin Und jetzt der Sprung Der könnte Der könnte scheisse werden Der ist scheisse Wow Wow Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Oh mein Gott, ich habe es geschafft! Okay Ähm, ja Und jetzt wieder komische Kreise Sag Aua Ja, das war gut Ja Bitte Hauet mich einmal stark ins Gesicht Wow Gehen vorbei Oh mein Gott Das läuft jetzt gut Jetzt passiert ein Sichtbares Zum Beispiel das Oder das Oder das Oder das Wow Mein Gott Hören wir Nein Was zum Oh Oh Fuck Die Fuck Fuck Nein Weiss Okay, aber das heisst wahrscheinlich So wie ich das sehe Das hier oben Da 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 oben Wartet und wir das Kapitel abgeschlossen haben Auf jeden Fall Scheisse Letztes Mal haben wir es besser gemacht Ja Letztes Mal haben wir es definitiv besser gemacht Du gehst doch mal weg Ah Der Das ist ja ein Blitzangriff Siemen So So Aber Ja Wow Der ist auch nicht ganz unknapp So Jetzt mal schauen Du gehst an Du gehst auch ab Du Und du gehst auch ab Dich kann ich noch holen Ja ist doch gut Äh Glück Okay und jetzt kommt der Part Ah Nein Ah Wieso Okay Ich sollte möglichst viele Leben für dort oben behalten Seid der Scheisse in der Leben Wow Du Von dass es entlang Nein Ichzone nicht Der töten Der töten Der Töten Der Veiko jetzt den Kunden töten Da bist du Du bist du Ich mache noch eins auf der Lebensarmung Das ist gut Dann hoffen dass es reicht Das reicht Wow das reicht Und jetzt sind wir da Und jetzt Ja Leben sammeln Zu verschwenden Uuh Okay Das ist genial Genius Ich würde es mal versuchen Dukel Kumpel Musiken Der Killer Kann ich mich von dem killen? Schaffe ich das noch? Nein, schaffe ich nicht mehr. Ah, fuck. Okay, komm 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 komm, ich weiss du was. Ja, das ist gut gewesen, das ist fast noch besser gewesen. Ja, super, ja, mach weiter, ja, los. Das? Ja, du kriegst immer eine gute Idee. Okay, so. Ja, ja, immerhin. Ich meine, bin ich tot. Äh, das geht doch gar nicht mehr. Mal laufen mit mir. Okay, ich muss mich jetzt konzentrieren. Ja, ich schaffe es nicht mal wieder drauf. So. Super. Ja. Was soll man dazu schon gross sagen? Dazu gibt es eigentlich nichts mehr grosses zu sagen. Es ist einfach nur noch fail, 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 fail. Ein Stück. Du gehst mal weg und du killst mich. Ah! Das, das muss ich einfach rausschneiden, dass ich da so ein Fehler bin. Das geht jetzt also gar nicht. Okay, das heisst nicht, dass man so schnell fails mit Kummer, aber... Das ist ja fast peinlich! Ah! Ah, man, man läuft! Ah, okay. Hilfe. So. So. Okay. Gut. Gut. Du. Kannst du aber auch noch abhauen? Ich mag ihn nämlich gar nicht. Stirb doch! Nein! Nein! Doch! Ernsthaft! Mann! Okay. Nein, das ist... Aber ich lerne es auch nicht mehr. Ich bin eigentlich hinter dem Scheiss schon dran. Die letzte Folge ist doch geschmiert gelaufen. Gut. Jetzt schaffe ich einfach gar nichts mehr. So. Ich bitte mir das auch. Naja, wenn... Äh. Ich bin Tiki-Point lang jetzt noch nicht ganz, aber... Ich muss nicht noch in Ali Lab, was mir da auch nicht viel nützt. Was mir da auch nicht viel nützt! Was mir da auch nicht viel nützt! Was mir nicht viel nützt! Äh. Ja, kill me, los! Gib's mal! Äh. Hit me, Baby, one more time! Hat's einfach. Ah! Komm schon. Ja, ist noch gut. Sehr gut. Du killst. Oder du wirst killt. Du wirst auch killt. So. Die haben wir auch schon gesammelt. Lange, lange. Lange Fahrt habe ich gar kein Scheiss. Kann ich. Können wir da übernehmen? Nein! Äh. Da kann ich dir doch einfach von dem Ding ab. Das gibt's ja nicht. Okay. So. Du gehörst. Auf. Und ich sterbe. Äh. Äh. Ja. Also von mir aus kann ich gerne vorspulen. Ich müsst euch das nicht antun, wenn ich da die ganze Zeit empfehle bin. Wow. Ich kann ihn austrickst. Er stimmt. Er stimmt. Ähm. Lange, 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 lange. Ich bin kein Scheiss. Ah. Ich lebe. Okay. Es kann ja nicht viel lebe, dass du hast bei dem. Teil von dem Dämmel. Was? Was? Hitboxen und so? Ich bin nicht der Madracho. Er läuft. Ich glaube, ich muss mich beschweren. Wie der Programmierer von dem Spiegel. Ernsthaft? Er läuft falsch. So. Äh. Gott. Immerhin ein paar für deine komische... Ich weiß immer noch nicht, was das für Fiefer ist. Also wie Dinger sind. Hier komische Blutrugel. Komm ich noch Blutrugel. Jetzt haben wir Blutrugel. Habt ihr Blutrugel eigentlich gern? Ähm. Ja. Kommt nicht das Ding wieder runter? Was ist jetzt? Ich muss eine Frage. Ich kann nicht sterben. Äh. So. Es gibt ja so viele Leute, wo einfach sagen, Blutrugel. Wenn man was Blut drin hat. Aber eigentlich ist das voll fein. Ich rede ernsthaft über Blutrugel. Das ist falsch gelaufen. Ah, ich weiß es. Komische Ritte. Na, ich weiss auch die Dinge. Säckeblätter. Und mit Hackschnetzeln. Das ist falsch gelaufen. Das ist falsch gelaufen. Das ist falsch gelaufen. Aber ich glaube ohne Controller kannst du das Spiel echt nicht spielen. Oh. Nein! Nein! Wie? Nein! Äh! Ja super. Immerhin geht das so. Das stimmt nicht. Oh. Close one. Du stirbst. Du musst mehr was dort unten hängen. Okay. So. Rumpen. Jetzt vorsichtig. Vorsichtig. Vorsichtig habe ich gesehen. Vorsichtig! Ja. Okay. Okay. Also was der Part. Kürzer als eine Viertelstunde. Ja. Du weißt ja da, dass ich die Hälfte rausgeschnitten habe. Oder ich mache ihn länger als eine Viertelstunde. Und dann habe ich ihn nicht gemacht. Aber das ist ja echt. Das kannst du nicht mal verschnelleren. Also du kannst schon. Aber. Oh. 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 Okay. Jetzt. Weiss. Nicht. Ausflippen. Nein! 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 Ihr hätt's fast geschafft! Mann! Scheiss! Äh! Scheiss Ding! Was immer du bist. Ich. Das erfahren wir vielleicht auch noch. Was das eigentlich ist. Was wir da spielen. Also. Es ist Meitling. Aber. Im Moment ist es. So. Nicht ganzes Meitling. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ist das wert g'sh? Ja. So. Und jetzt mal schauen. Nicht. Böse. 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 Böse! Oh mein Gott! Was? Ja. Verarsche mich doch nicht. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Und jetzt geht's weiter. Hä? Nein! Was? Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Nein! Ernst? Du kannst ja nirgends. Nirgends. Äh. Äh. Hä? Tot. Ich weiss einen Ort wo man könnte. Ja. Genau. Wenn ich dann da hin komme. Gehen wir mal auf die andere Seite. Da. So an der Wände. Oh. Fuck. Fuck. Komm schon. Nein. Nein. Duh. Fuuu. Aber immerhin wissen wir wie wir es mit machen. Vielleicht ein wenig vorsichtiger und dann geht es auch schon. Fuck. Okay. Encore une fois. Aber wir hängen einfach mal wieder am Boden rum. Machen wir einfach mal einen Rundgang. So, wow, und die kann ich einfach gar nicht killen. Weisst du? Komm schon! Ja! Wir haben es geschafft! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist doch ein Wohlverdienst-Ending für uns. Ich glaube, es ist eine eigene Maschine selbst. Eine gewisse Maschine selbst. Eine gewisse Maschine. Ah, wie eine unglaubliche Maschine mit Gedächtnis und Wissen und Selbstbewusstsein. Ja, eigentlich schon, wenn man sich selbstbewusst ist, aber das ist, glaube ich, eine andere Art von Selbstbewusstsein. Puffel. Es hätte einen guten Part gegeben. Ein bisschen länger als ich eigentlich gelernt habe. Aber da euch jede Hälfte verschnelleren muss, ist eh wieder egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir nicht. Scheiss. Kette. Nein. Kreis. Segel. Segelblätter. Wow. Mein Hirn. Oh Puffel. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Tschüss. END. DC hatawan. Die Sendung. Ihrcellbla construir. die Sendung von irgendwelchenivos auch. Die Sendung. ети spaghetti. Die Sendung. Die Sendung. alles optisch.